Es ergab sich, dass ich in den letzten Jahrzehnten immer wieder in den Landschaften zwischen Berlin und der Ostsee unterwegs war. In Brandenburg, in Mecklenburg, in Pommern. Um für meine Filme Menschen zu treffen und auch sonst. Musik Wie alt warst du damals? 18 Jahre. Wo? Wie oben denn? Oh, ich bin da. Es ist ja ein Wunder, wenn du heute so kaputt bist. Wir haben das erste Mal gedreht, nicht in der Schweißhalle. Wir haben eine Dreherei gedreht. Geht doch schon los. Du sagst, es gibt kein Material. Hier, wir dürfen diesen Schrott gar nicht verschweißen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo ist denn mein Schatz geblieben? In Berlin, in Stettin, wo die Rosen zweimal blühen. Völkerball haben wir hier gespielt. Wunderbaren Völkerball. Oh, das waren die ganzen. Ach so, Völkerball und Berlin-Stettin. Berlin-Stettin, so eine Hopsi, wo man mit so einem Stein geworfen hat und dann mit einem Bein irgendwie, wie ging das so? Und dann, naja, jetzt bin ich natürlich aus dem Bild raus. Verzeihung, Verzeihung. Verzeihung.